Hallo Leute, es ist endlich geschafft, ich habe die 1000 Abonnenten erreicht. Wie viele bestimmt schon wissen, mache ich als Special einen Film namens Dinge, dieser wird am 13. März um 15.30 Uhr erscheinen, also nächsten Freitag. Außerdem habe ich eine weitere coole Nachricht. Ich mache jetzt bei einem Repetal-Turnier namens dem SRB Spaß des Rabattes mit. Das Qualifikationsvideo ist in der Beschreibung verlinkt und in zwei Wochen könnt ihr meine 16. Finale Runde sehen. Liked mich dann, damit ich den User-Vote-Punkt bekomme.